Hallo und herzlich Willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake und ich habe jetzt zurückgespielt zu der Stelle, wo ich hängen geblieben bin. Und siehe da, ich musste diesen Gegner töten, um hier einen Skyway zu öffnen, der sich vorher nicht geöffnet hat. Das war also ein ganz klassischer Bug im Spiel. Ja, es gibt nichts mehr zu sagen. Und das Gefloppe geht gleich weiter. Wo ist der Onkel? Ist das Sulf? Bist du Sulf? Auf jeden Fall haut er ganz schön zu. Nicht hektisch werden. Zwei schläge ich, dann schlage er. Immer nach drängen. Na, hol mal ein Kind. Ich bin ein Level Up, ich bin ein Level Up, schalalalalala. Gut. Hilft ja auch nicht weiter, oder? So. Nächste Quizfrage, was hätte hier passieren müssen? Ach du Scheiße. Ich kann nicht springen, ist mein Geständnis. Gar nicht springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jemand hat mir gesagt, dass es irgendwann zu einem Jump and Run wird. Ich hätte es nicht gewollt. Oh Gott. Das gibt es doch nicht. Ja, wenigstens lotsen mich hier die Heiltränke so ein bisschen durch. Oder auch nicht. Wie kann ich so viel über die Bastion wissen? Das ist eine sehr gute Frage. Nur keinen interessiert. Das gibt es doch nicht. Jetzt ist es zu blöd zum rumhopsen. Alter! Aber zu meiner Verteidigung muss auch mal gesagt werden, das Spiel ruckelt gerade wie Atzer. Das Spiel ruckelt wie Atzer. Es ist ein Problem mit dem Ort, der Dinge zurückkommt zu einer vergangenen Zeit. Aha. Du kannst es nicht testen. Schlauberger. Au. Jetzt hätte ich gerade gedacht, ich hätte es raus. Ich doch nicht. Scheiße. So, du wirst wahrscheinlich gefragt, ob die Klamide bereits passiert. Was ist, um es wieder zu stoppen zu passieren, nachdem die Bastion seine Sache macht? Ehrlich gesagt sind das mir geradezu philosophische Fragen, die er da stellt. Ich versuche von Dings zu Dings zu hopsen. Da unten sehe ich schon wieder Festland. Aber akute Ruckelritis... ...ist das gerade akut schwer. Sag ich doch. Von A nach B zu hopsen. Komm, einer noch. Das ist die klügste Antwort, die ich in den letzten Jahrzehnten erhalten habe. Cias Vater Phan zeichnete seine Arbeit für... Ach, ist auch egal. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, was ich umgeschaltet habe. Aber Pong heißt, ich kann hier jetzt durchgehen. Das einzige Grund, warum man... Was ist das? Aber ich weiß nicht, ob ich mich zusammen kann. Was ist das? Eine Rumpel. Der Wicht der Klamide. Es ist auf unsere Bezüge. Wir können nur nur losgehen. Okay, das ist ein sehr mächtiges Dingsbums. Aber Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ah, okay. Ich kann einfach alles kaputt machen. Kaputt, kaputt. Aber ich kann damit nicht mehr hopsen. Das ist nicht so wild, weil ich alles kaputt machen kann. Geht's nicht weiter? Wo geht's denn dann weiter? Hier sieht das aus. Wenn wir das Monument ausbauen, und wir konnten es nicht vorbereiten, können wir trotzdem... ... evakuieren. Zuerst würden wir so viele Leute, die wir tragen können. Zuerst würden wir die Kursen detonieren... ... und würden wir weg... ... entfernt von hier. ... nur mal so als... ... bescheidende Frage zwischen Händen. Heavy, ain't it? Tja... Natürlich würde das bedeuten... ... kein zurück zu gehen. Ever. Aber dann wieder... ... und so können wir alle von uns... ... die Stadt verlassen... ... zusammen... ... ja... Aha, 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 aha... Du weißt, Zulf und seine Landwirte... ... werden wir diesen Schaden ohne eine Kampf, nicht wahr? Ja... Na super, mit dem Ding im... ... Konter-Modus... ... kann ich nicht mehr mich bewegen. Ja, okay, das kostet es. Ja, okay, das kostet es. All they want now is to see the Bastion fall. ... und so... ... super Angriff kostet schwarze Tony... ... kaum... ... die Welt zu der Erden und Zelandien... Wackel, 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 wackel... ... und dann kommt dieser hacer. Maximum Ill념... ... und dann kommt der Erden-Eleine... ... und dann kommt der Erden-Defensivin. ... und dann kommt der Erden-Fensivin. So, da unten ist der Shard und da unten sitzt ein Typ. Ich denke mal, das ist der liebe Sulf. Ich versuche, die Kinder zu warnen. Ich versuche, die Kinder zu warnen. Das war's für heute. Hmm. Ich darf noch mal! Ich habe ihn umgeprügelt. Komm. Die Stier und dich prügele ich auch noch mal um. Komm schon, komm schon! Geht doch. Splitter? Mitnehmen. Das ist für sicherlich. Leura kann nicht so glücklich sein, dass ein Kind Zulf all the way home folgt. Aha. Weiter, lass Zulf liegen und rücke mit in Ramburg vor. Ne, wir nehmen Ulf mit. Na klar, war zwar ein Arsch, aber wir nehmen ihn trotzdem mit. Ich kann es jetzt sehen. Ein Kind in einer Seite, dann Zulf in der anderen Seite. Das ist nicht so gut. Aber nicht so, dass die Bastion wiederholt wird. Es wird alles gut sein. Aha. Sehr gut, sehr gut. Du denkst immer noch über das ganze »Leaf in die Stadt«, oder? Was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, dass ich tatsächlich nichts machen kann, außer mich tot schießen zu lassen. Aber irgendwie scheine ich auch keinen Schaden zu nehmen. Ich nehme doch Schaden. Nur niemand erzählt es mir. Oh, das wird ja ein »Supermarsch«. Eieieieiei. Kann ich mich irgendwie verteidigen? Huch. 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 Was ist denn hier los? Okay. Du greifst mich nicht an. Ich bin ganz lieber. Ganz, ganz lieber. Ich will nur nach Hause. Ja, so oder so ähnlich. Wenn Bastion nicht mehr mal einflossen kann, wird er berücksichtigt die Zeit, in dem Erzieher Geschichten erzählt. Die Bastion. Ja, ja, ja. Ich versuche es. Es klappt nicht. Komm schon, das ist nicht lustig. Ich sage, komm. Los, hoch mit dir. Das ist mehr so. Jetzt, setz das »Shard« in das Monument. Dann sprechen wir. Okay. Der Bastion. Es ist endlich fertig. Jetzt. Es ist etwas, was ich möchte, Sie sehen. Willkommen in das Herz der Bastion. Okay, das... Okay. Ähm. So, unter uns gesprochen. What? Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Also, schauen wir mal. Du kannst entgegen die Kalamität, oder mit mir und Rux. Ich liebe dich zu sein. Ich liebe dich zu sein. Wenn ich irgendwo wo ich wollte, würde ich hier bleiben. Wir können irgendwo in der Welt gehen. Okay. Ähm. maybe um... Ulf versuche ich mich zu beten, zu ihm. Ich versuche es dann, dass sie ihn von weg gvard. Ich versuche ihn zu erinnern. Ich will, dass wir beide nicht verlieren. Und... Um... Wenn ich endlich mal gelesen habe, ich sagte sie, wir können Sie helfen. Sie einfach mich für eine Betriebe. Ich bin froh, dass du wieder gebracht hast. Ich bin froh, dass du bist. Wenn ich gewöhnliche Momentan möchte, wann ich ruhig noch will. Das ist auch, nach der Kalamität, nicht bevor. So, fetschen wir ihn noch aus. Ja. Hm. 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 Okay. Tja, dann, äh, werde ich mal mein Bestes versuchen. Ich bin ja immer so ein Freund von, äh, wir machen alles neu. Leite den Wiederherstellungsvorgang der Bastion ein. Ja. So, komm, ich will ne neue Welt. Mhm. Die Bastion wird uns zurück in eine bessere Zeit zurückkehren, bevor das überhaupt nichts zu tun. Die Leute vergessen sich alles, was du gemacht hast. Und die anderen. Aber nach dem alles, was wir durchgeführt haben, ich finde das schwer zu glauben. So lange, Junge. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Mal. Zelandia, wir kommen nach Hause. Ja, das sieht eindeutig nach dem Ende von Bastion aus. Meine lieben Freunde, es war mir eine große Freude für euch Bastion durchzuspielen. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und um es mit den Worten von LeFroy zu sagen, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen. Oh mein Gott, es gibt sogar noch Bilder. Ich werde mal den Abspann einfach laufen lassen. Ich wünsche euch eine traumhafte Zeit. Zockt viel. Zockt schön. Und ihr werdet ja sehen, demnächst werde ich bestimmt mit einem neuen Let's Play an den Start gehen. Und in der Zwischenzeit habe ich ja noch das ein oder andere Spiel, was ich für euch durchspielen will. Nur um mal World of Goo zu sagen oder Hardboiled Chicken. Außerdem habe ich den Kollegen und Jungs von Game at Midnight versprochen, dass ich da auch mal wieder was Let's Playen werde. Vielleicht werden wir da sogar mal ein Let's Play Together starten. Aber das werdet ihr auf jeden Fall schnell und früh mitkriegen. Schaut einfach auch mal auf meinem Facebook-Profil nach oder in Twitter. Oder, und jetzt wird es ganz hart, auch an Google Plus habe ich gedacht und bin da vertreten. Also es gibt eigentlich keine Ausrede, nicht mitzukriegen, wenn ich wieder was Neues starte. Und ich muss sagen, das war ein wunderschönes Spiel. Das hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn es streckenweise echt nervig war. Aber das gehört wohl irgendwie mit dazu. Das ist tatsächlich ein sehr langer Abspann. Aber das macht nichts. Es war ja auch ein langes Spiel und es hat Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, dass das Spiel Spaß gemacht hat, auch wenn es einen langen Abspann hat. Na gut. Wir sind jetzt schon in der PA-Abteilung. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Oder ob das einfach gerade nur verschenkte Zeit ist. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Direktion Verkauf Amerika, stellvertretende Rechtsberatung, Freunde und Skarbkollegen des Regisseurs und all die Leute, die man jetzt sieht, die sind verarmt. Gut, was kommt denn jetzt noch alles? Und wer ist immer? Sorry! So, E müsste man ja richtigerweise sagen. Jetzt kommt noch der Tierdompteur, der Onkel des Tankwarts, der Neffe des Drogenkuriers. Nein. So! Schön war's! Und schön, dass das mit der 20. Folge endet. Jawoll, alles klar. Dann habt eine schöne Zeit und tschüss! 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 Tschüss!